Das direkte Spiel von Coutinho. Sturridge, 1-0. Zehnte Spielminute, es deutete sich in der Anfangsphase an, das schnelle direkte Spiel der Liverpooler. Geschlossener bislang als das der Dortmunder. Jetzt sind etwas weiter mit dem Training, fangen eine Woche früher an, wir haben es erwähnt. Und das war kein abseits, klassiges Spiel von Coutinho, den Brasilianern. Und Sturridge macht das ganz überlegt, mit dem linken Fuß, wunderbar gespielt. Sebastian Kehl, der nachrückt aus dem defensiven Mittelfeld, auch die Innenverteidigung überrascht und ganz souverän gemacht hier von Sturridge. Keine Chance zu Lengrenk. Letzte Saison 22 Tore, 29 Spielen, der WM-Teilnehmer Sturridge. Auch schon mal Meister gewesen mit Chelsea. Will ich gerne zu, gerne nachlegen mit Liverpool. 15 Länderspiele, 5 Tore. Per Exchange 2 3 1 1 Vielen Dank.